Willkommen bei diesem Online-Gottesdienst. Welkommen bei der Ihr-Ihre-Dienst. Ich bin Detlef Tönsing, Pastor der St. Peters Gemeinde. Und dieses ist ein Online-Gottesdienst, der für diese St. Peters Gemeinde und für alle Freunde, die gucken, ausgestrahlt wird. Wir begrüßen uns an diesem Sonntag Jubilate mit dem Wochensbruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Letzten Sonntag waren wir noch unter voller Ausgangsferde. Und obwohl das jetzt zurückgestuft wurde, zu der 4. Stufe, wird es noch lange dauern, bis dass wir jetzt wieder zusammen Gottesdienst in der Kirche feiern können. Und doch dürfen wir wissen, auch wenn wir physisch getrennt sind, sind wir doch unter dem Wort Gottes eins. Denn das Wort Gottes hat keine Grenzen. Und im Leib Christi sind wir vereint. So können wir uns freuen, wie der Name der Sonntagsjubilate sagt. Denn obwohl das Leben eingeschränkt ist und das Alte vergeht, ist doch das neue Leben Gottes größer. Und das, was uns neu geschenkt wird, kommt noch. Dieser Online-Gottesdienst wird in vielen Schnipseln geladen, sodass sie ihr gebrauchen könnt, was ihr wollt davon, so wie Data und Zeit verfügbar ist. Bitte feiert den Gottesdienst mit. Singt die Lieder. Lies die Lesungen. Betet. Denn wir wollen, dass wir diesen Gottesdienst aktiv zusammen feiern. Möge Gott uns diesen Gottesdienst segnen. Amen.